nicht so gut und auch aus. So, ich lasse jetzt noch mal eben von innen. Haaa! Ey, das ist so gut. Das schmeckt dafür, total gut. Ach nee, auch mal wieder. Ach so, jetzt darf ich noch zuhören. Oh, die merkt mir aus. Denkste? Kann ich mir nicht vorstellen, dass man schreibt, dass man hoppelt? Ja, die merkt ja schon. Hast du das sehen, wenn du schreibst? Wenn du schreibst, schreibst. Ich hab mir meinen damals aufstehen gelassen. Aber ist schon so lange her. Aber das ist nicht so lange, aber nicht. Also, ich hab meinen, glaube ich, damals um mit 14 gezählt. Und jetzt 31, also schon. Ja, das ist so lange her. Ja. 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 So, jetzt erschreckt es nicht, was es dir gleich in die Nase schmeckt. Jetzt, wenn ich hier über den Tiefen hatte, dass du das anhalten kannst, ist es ja ruhig. Also, da schreck ich dir gleich an die Nase, dass ich dein Gegenstierst nicht habe. Ja, dass der Nase da rein schreibt. Genau. Ach ja, du hast ja schon gelesen. Was ist das deine Hand? Ja, das könnte ein bisschen bluten. Es ist nicht viel. Und mir tut es dabei, es ist viel, weil es runtergelaufen ist. Also, bevor es runterläuft, da habe ich schon welche Pachttu an der Nase. Okay. Nichts zu uns suchen. Ich bin ganz vorsichtig und ganz schnell. Es war schon... Alter, das hat er ganz gut. Das klingt! Ja. Hat auch gefieb. Wozu kann ich da nicht wemd? Ich wollte dir das vorher nicht sagen, aber das ist einer der Schleppsen ist. Jetzt denkst du mir nicht, wie man machen lassen kann! Ja? Hab ich der Frau überhörstund auch schon gesagt. Äh, Futter und Nase ist nicht der Schlimmsten. Die Entschuldung hat mich schon geschenkt. Ich noch? Ja. Volt! Das ist ja!